In diesem Video wird die Struktur des digitalen Tourismus-Marketings thematisiert. Diesbezüglich kann zwischen einem Zugangs-, einem Nutzungs- und einem Bindungsakt differenziert werden. Der Zugang wird dabei über das Suchmaschinen-Marketing eröffnet. Ist der Nutzer auf der Website, so steht die Nutzung im Vordergrund, wobei das User-Experience-Design elementar ist. Ziel ist letztendlich die Bindung des Kunden an den jeweiligen Anbieter, wofür das Social-Media-Marketing das zentrale Marketing-Instrument darstellt. Die digitale Reiseentscheidung aus Anbietersicht kann aber auch unter Berücksichtigung des Absatzes in die Medientypen Paid, Owned und Earned unterschieden werden. Gekaufte Medien sind solche, bei denen Geld dafür gezahlt wird, dass fremde Firmen die Internetseite des Unternehmens verlinken, wie beispielsweise Google Ads, oder aber Werbebotschaften in klassischer Weise, zum Beispiel als Bannerwerbung, abbilden. Die eigenen Distributionskanäle sind die, die das Unternehmen direkt beeinflussen kann. Im Tourismus wären dies typischerweise die Internetseite des jeweiligen Anbieters oder aber auch nur partiell eigene Medien, wie beispielsweise eine Facebook-Fanpage, deren Inhalte rein rechtlich gesehen aber nicht dem touristischen Anbieter selbst gehören. Bei dem verdienten Medientypus erfolgt die Multiplikatorwirkung mittels der sozialen Netzwerke der Kunden. Dies sind in der Regel private Nutzerprofile bei Facebook, Instagram, WhatsApp oder auch Blogs. Also alle digitalen Medienformen, über die der Kunde selbst Reiseinformationen teilen kann. Aus diesen drei Medienformen lassen sich auf struktueller Ebene die Grundlagen der Reiseentscheidungen im Internet ableiten. So kann die Kundenakquise vornehmlich durch die bezahlten Medien erfolgen, bei denen das Suchmaschinenmarketing im Vordergrund steht. Sind die Nutzer auf der Internetseite des touristischen Anbieters, so ist das Ziel, diese zu einer Buchung zu bewegen, mithilfe eines guten User Experience Designs. Bei den digitalen verdienten Medien geht es dann um alle Plattformen, die den Nutzern die Möglichkeit der Interaktion bieten, wie soziale Netzwerke, Buchungs- und Bewertungsportale. Das Informationsmanagement dieser Kanäle und die Bindung des Kunden mittels Social Media Marketings bilden daher den dritten Baustein des digitalen Tourismusmarketings. Der letzte große Aspekt ist das Mobile Marketing, in das aufgrund der Omnipräsenz mobiler Endgeräte wie Tablets oder Smartphones die drei erstgenannten Bereiche des digitalen Tourismusmarketings konvergieren. Somit umfasst das Mobile Marketing das gesamte digitale Tourismusmarketing mit einem Fokus auf dem Marketing in der Destination selbst. Dies sind also die vier zentralen Komponenten des digitalen Tourismusmarketings. Das Suchmaschinenmarketing, das User Experience Design, das Social Media Marketing und das alles umfassende Mobile Marketing.